Wolltest du deine Mutter nicht mit reinbringen? Wozu? Das ist gerade nicht so gut bei euch zu Hause. Um kurz vor zwölf hat euch die Kamera am Parkhaus Zugang auf Plus Eins. Dann nichts mehr. Was hat denn ihr da so lange gemacht? Weiß ich nicht. Gequatscht. Und das mit Luisa Soberthal. Ja, genau. Wo war das? Oben irgendwo. Das passt doch hin und vorne nicht zusammen, was sie an sie erzählt. Charlotte, als Fahrschultochter hast du ihr die Arschkarte gezogen. Ist dir das klar? Der Vater von Luisa ist Anwalt. Gut. Wenn du willst. Dann erzähle ich deiner Mutter jetzt, das wird dich noch ein bisschen auf dem Präsidium behalten müssen, okay? Das war's. Ach, ich ging. Mir war's. Mir war's. Ich war's. Wir waren der Mannen. Ich bin.